Wenn man an die beliebte Hollywood-Starlet Grace Kelly aus der Goldenen Ära denkt, denkt man wahrscheinlich an sie als Inbegriff von Klasse und Raffiness. Allerdings hatte sie trotz ihres eleganten Auftretens und ihres Wissens, wie sie sich in der High Society präsentieren sollte, auch eine Vorliebe dafür, sich sexuell auszuleben, was ihrem Image widersprach. Glücklicherweise endete das unangebrachte Verhalten von Grace, als sie in ihren mittleren Zwanzigern den Prinzen von Monaco heiratete. Davor hatte Grace Kelly so viel herumgeschlafen, dass sie fast aus Hollywood rausgeworfen wurde. Begleiten Sie uns also, während wir erforschen, wie Grace Kelly so viel herumgeschlafen hat, dass es schon fast ihre Karriere ruinierte. War Grace Kelly wirklich eine Eisprinzessin? Die meisten Menschen denken bei dem Hollywood-Star der Goldenen Ära, Grace Kelly, an eine Art Eisprinzessin. Obwohl der legendäre Schauspieler Gary Cooper behauptete, dass diese Eisprinzessin ziemlich schnell schmolz, wenn man sie auszog. Grace mochte auf den ersten Blick berechnend und makellos erscheinen, aber die Schauspielerin hatte während ihrer vergleichsweise kurzen Zeit im Rampenlicht von Hollywood eine Vorliebe dafür, sich mit anderen Filmpartnern zu vergnügen. Viele wissen vielleicht, dass Grace Kellys relativ kurze Hollywood-Karriere endete, als sie in ihren mittleren Zwanzigern den Prinzen von Monaco heiratete. Vorher war Grace nur in knapp einem Dutzend Hollywood-Filmen aufgetreten. Die geringe Anzahl von Arbeiten, die Grace hinterlassen hat, reichte jedoch aus, um ihren Status als eine der ikonischen Schauspielerinnen der Goldenen Ära von Hollywood zu festigen. Mit ihrem Eintritt in das Hollywood-Rampenlicht wurde Grace über Nacht zu einem großen Star. Auch deshalb durfte die Schauspielerin Schulter an Schulter und natürlich noch viel mehr mit einigen der größten Schauspieler in Hollywood zu dieser Zeit sein. Der Legende nach hatte Grace Kellys Affären mit so bekannten Hollywood-Größen wie Clark Gable, Bing Crosby, Marlon Brando und dem bereits erwähnten Gary Cooper im Laufe ihrer Hollywood-Karriere. Als Grace Kellys die Fürstin von Monaco wurde, vergaßen viele Menschen die Klatschgeschichten, die über die verschiedenen Affären der Schauspielerin in Hollywood verbreitet worden waren. Aber sie vergaßen nicht die Handvoll großartiger Leistungen, die die Schauspielerin auf der Leinwand hinterlassen hatte. Deshalb wuchs der Ruf und das Vermächtnis von Grace noch mehr an und die Menschen sind bis heute immer noch unglaublich überrascht zu erfahren, wie sehr sie es geliebt hat, sich in Hollywood sexuell auszuleben. Die erste Affäre von Grace Grace Kellys gab ihr Hollywood-Debüt in dem Film 14 Stunden, der 1951 veröffentlicht wurde. Obwohl Grace in dem Film nur eine Nebenrolle hatte, bekam sie im folgenden Jahr eine bedeutende Rolle im klassischen Westernfilm High Noon. In High Noon spielte Grace an der Seite von Hollywood-Legende Gary Cooper. Wie bereits erwähnt, begannen die beiden während der Dreharbeiten des Films eine romantische Beziehung, die zu Graces erster Affäre in Hollywood wurde. Gary war drei Jahrzehnte älter als Grace und außerdem verheiratet. Das war Grace jedoch egal. Als Folge ihrer Affäre während der Dreharbeiten zu High Noon wurde Gary Cooper inspiriert, die berühmte Bemerkung über Grace Kelly zu machen, dass sie von außen kühl erscheine, aber außerordentlich heiß werde, wenn man sie ausziehe. Gary Cooper sollte bei weitem nicht der letzte Filmpartner sein, mit dem Grace Kelly eine Affäre während der Dreharbeiten begann. Sie setzte ihre Gewohnheit fort, ältere und oft verheiratete Filmpartner im Laufe ihrer Karriere zu verführen. Von Gary Cooper wechselte Grace zu Clark Gable Ein Jahr nach der Veröffentlichung von High Noon war Grace Kelly längst über Gary Cooper hinweg und auf der Suche nach neun interessanteren Rollen und Liebschaften in Hollywood. Ihr wurde die Chance geboten, in dem Film Mugambo mitzuwirken, der von dem legendären Regisseur John Ford inszeniert wurde. Neben Grace spielten in dem Film auch Clark Gable und Ava Gardner. Die Möglichkeit, mit diesen beiden Stars zusammenzuarbeiten, war ein großer Grund dafür, dass Grace Kelly die Rolle in dem Film annahm, ebenso wie die Tatsache, dass der Film in Afrika gedreht wurde. Laut Grace hätte sie die Rolle abgelehnt, wenn der Dreh an einem langweiligen Ort wie Arizona stattgefunden hätte. Während der Dreharbeiten zu Mugambo hatte Grace Kelly sicherlich Spaß in Afrika, aber eine andere Art von Wildleben hatte ihre Aufmerksamkeit während der meisten Produktionszeit. So wie sie es zuvor mit ihrem Filmpartner Gary Cooper getan hatte, begann Grace eine Affäre mit Clark Gable während der Dreharbeiten zum Film. Laut Grace konnte sie nicht widerstehen, ständig in sein Zelt zu schleichen. Grace war so geil, dass sie einen Aufpasser brauchte. Als Graces Mutter Wind von der Tatsache bekam, dass ihre Tochter im afrikanischen Busch mit Clark Gable herumhing, flog sie angeblich auf den Kontinent, um als Aufpasser zu agieren. Zu diesem Zeitpunkt schien sich Clark Gable jedoch angeblich an Graces Anhänglichkeit gestört zu haben. Wenn Grace während der Dreharbeiten zu Mugambo und Clark Gable geklammert hat, konnte der Schauspieler sicherlich darauf zählen, dass diese Anhänglichkeit abnimmt, sobald die Dreharbeiten zum Film beendet waren. Grace verlängerte ihre romantische Beziehungen zu Filmpartnern normalerweise nicht über den festgelegten Drehplan hinaus. Grace ruinierte beinahe das Leben ihres Filmpartners Ray Milland Die Affäre von Grace Kelly und Ray Milland während der Dreharbeiten zu Bei Anruf Mord hatte ziemlich negative Konsequenzen für Ray, obwohl Grace Kelly anscheinend nicht sehr davon betroffen war. Ray war verheiratet und seine Frau bekam Wind davon, dass ihr Mann eine Affäre mit seiner jüngeren Filmpartnerin hatte. Ray und seine Frau waren über zwei Jahrzehnte verheiratet, aber der Schauspieler konnte sich der Verführung durch die anspruchsvolle und zurückhaltende zukünftige Fürstin von Monaco nicht entziehen. Als Ray Millands Frau herausfand, dass ihr Mann sie während der Dreharbeiten zu Bei Anruf Mord mit Grace Kelly betrog, warf sie ihn aus dem Haus. Ohne einen Ort zum Leben zu haben, setzte Ray seine Beziehung mit Grace fort und spielte sogar mit dem Gedanken, seine Frau zu verlassen, um für immer bei Grace zu sein. Es ist ungewiss, ob Grace Kelly diese Idee erwiderte, aber Rays Plan, seine Frau für Grace zu verlassen, wurde letztendlich nicht in die Tat umgesetzt. Angeblich erfuhr Ray Milland, wie viel eine Scheidung kosten würde und er verabschiedete sich von Grace und reparierte seine Ehe. Ray blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1986 mit seiner Frau verheiratet. Nun ist es an der Zeit, von ihnen zu hören. Wussten Sie, dass Grace Kelly Bing Crosby mit Marilyn Brando in der Nacht der Oscar-Verleihung 1955 betrog und dass ihre Mutter sie während der Dreharbeiten zu John Forrest Mugambu überwachte, weil sie nicht wollte, dass sie ihre Tochter mit Filmpartner Clark Gable schlief? Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen Zusehen